Hallo und herzlich willkommen bei Inbald's Tarot. Wir haben den 31.01. Wir haben gerade erst Happy New Year gefeiert. Wir haben schon den 31.01. Der erste Monat ist schon um. Es gibt heute, heute, nur heute, bis um Mitternacht, ein Ausverkauf der Fortsetzungen für die Jahreslegungen. 75% Rabatt gilt nur bis und mit heute um Mitternacht. Ich werde unten, muss kein Code eingeben, wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Auf der Produktseite siehst du es noch nicht, aber im Warenkorb siehst du dann 75% Abzug. Gilt nur für die nächsten Stunden. Okay, um Mitternacht ist dann Schluss. Ich werde unten zwei Links notieren. Erstens der Link zur Playlist, wo du den ersten Teil ansehen kannst und danach zum zweiten Teil übergehen kannst, über den Link in der Infobox oder in der Kommentarspalte, so wie du es kennst. Oder für jene, die sagen, der erste Teil interessiert mich nicht. Ich will direkt zur Fortsetzung, wo ich dann auch sehen kann, was Monat für Monat auf mich zukommen wird. Für euch verlinke ich unten außerdem noch den Link direkt zum Produkt, direkt zum zweiten Teil, den du dir da holen kannst. Vielleicht hast du den ersten Teil schon gesehen. Das kann auch sein. Ja, es gibt solche, die direkt zum zweiten Teil gehen wollen. Den verlinke ich unten auch. Okay, du findest unten einerseits die Playlist und andererseits den Link zum zweiten Teil. Okay, und schaut bitte, schaut bitte, also beachtet immer Mond, Venus und das Zendenzzeichen und schaut bitte, dass ihr eure richtigen Sternzeichen auswählt. Okay, bitte schauen, welches Sternzeichen du auswählst. Okay, bis heute Abend. Kannst du profitieren. Jene, die mir auf Instagram folgen, konnten übrigens letzte Woche schon davon profitieren. Das ist der Vorteil, wenn du mir bei Instagram folgst. Okay, verlinke ich unten auch. Okay, wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.